Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, mit dem Exit zusammen. Servus. Grüße, Grüße, Gemüse. So, pass auf, wir schauen heute rein und zwar bei Mochi. Kennst du den? Uuuuh, geil, den feier ich. Ich finde den auch richtig gut. Ich glaube auch einige von den Zuschauern finden den echt gut. Ich glaube, ich brauche zu Mochi auch nicht viel zu erklären. Sehr, sehr cooler Typ. Lass gerne Däumchen da. Das Video, was wir uns anschauen, steht unten in der Videobeschreibung ganz oben und wir schauen mal direkt rein. Meine Lieben, Däumchen nicht vergessen und es geht um 335 kmh, heißt dieses Video. Also ich weiß, Mochi hat sich einen Porsche gekauft und das ist aber, Moment, das ist das nächste, das zweite Video, was gekommen ist, glaube ich, nach diesem Porsche-Kauf. Er hat, genau, 307 kmh. Ne, warte mal, dann hat er sich, genau, ich zeige euch mein GT3, mein neues Auto. Genau, so ein Ding war das. 335 kmh vor vier Tagen, genau. Und das schauen wir uns heute mal an. Bin ich sehr gespannt. Los geht's. Ich weiß aber nicht, ob das sein Porsche ist. Würdest du dich vielleicht in mein Auto reinsetzen? Dann tun wir so, als wären wir hier ganz spontan. Das wäre voll der Zufall. Moment. Weißt du, wer das ist? Überlege gerade. Daniel Abt? Ne. Das ist Daniel Abt, ja. Was mich mal interessiert, Leute, ihr könntet mal in die Kommentare schreiben, mich würde echt mal interessieren, wie er seine Tonaufnahmen macht, weil er hat ja immer einen Helm auf, er hat sich ja noch nie gezeigt. Und er hat immer einen Helm auf. Wie macht er seine Tonaufnahmen im Helm? Ich weiß es. Echt? Ja. Wie denn? Mikro drin. Ach, der hat ein Mikro drin an der GoPro? Wir haben ein Mikro mitgefunden. Ja, ja. Aber wo machst du so ein Mikro im Helm fest, Alter? Ne, ich glaube jetzt nicht direkt an der GoPro, aber ich glaube, das ist beim Helm mit drin oder mit dran. Auf jeden Fall, ich gucke ja auch noch die zwei anderen, die mit Logi. Und die haben das ja auch, die machen ja auch bei Motorradfahrten die Aufnahmen alle mit. Ja. Und deswegen, die haben es glaube ich irgendwie im Helm drin, aber wie jetzt genau, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass das so mit funzt. Okay, krass. Oh, Daniel. Was machst du denn hier? Bist du Smooji? Das ist ja geil. Und jetzt stellt euch vor, ich mache das hauptberuflich. Guten Tag. Ich mache das jetzt auch professionell heute, okay? Okay. Hallo und schönen guten Tag, liebe Freunde. Wir befinden uns hier heute wieder in einem professionellen Review von einem Kfz. Genau. Von dem Kfz. Von dem Kfz. GT2 RS, alter. Wir haben ja... Das ist schön geil. GT2 RS. 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 Ja, ich sehe mich auch im Regen mit dem Auto, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, oder? Ja, schön quer in der Kurve, Autobahnausfahrt. Um das jetzt mal hier so ein bisschen, um Fahrt zu bekommen in dem Video. Ich darf heute... Roli am Arm. Ah. ...dein wunderschönes Autofahren. Meiner steht gerade daneben. Ist vielleicht auch ein geiler Vergleich irgendwie so. Auch die gleiche Farbe. Ich finde halt meiner mit diesem Spoiler, der ist halt so... Ach, okay. Er hat einen GT3 und Daniel Abt ist da mit einem GT2 RS. Integriert im Auto, weißt du, was ich meine? Und bei dir ist halt mehr so racy. Einfach so ein dicker Spoiler drauf gescheppert. Der ist halt klassischer. Der ist wilder. Jung und dynamisch wild. Der ist eher so elegant. Passt ja auch zu mir, würde ich sagen. Bin eher der elegante Typ, ja. Also Spoiler ist schon mal anders. Ist eigentlich völlig egal, was Daniel Abt erzählt. Wie ist es hier? Was? Puff, äh, Rohre sind auch. Du hast die links und rechts. Ich habe die in der Mitte. Genau, ist ein ganz anderer Motor, ne? Da sage ich dir aber auch ganz ehrlich, da finde ich das cool an der Mitte. Nee. Doch, du hast absolut keine Ahnung. Die Seitenansicht. Ja, das ist schon schön. Das ist halt Mochi-Video, ne? Ja, doch. Diesen Part finde ich auch richtig nice. Was ich nicht so fühle, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Motorhaube in Schwarz mit Silber. Also das fühle ich überhaupt nicht. Was ich da wieder geil finden würde, was ich persönlich da feiern würde, ähm, ach scheiße, jetzt komme ich schon auf den Namen, wie es heißt. Dann überlegst du. Das ist Karbonhaube, ja. Das ist Karbon, glaube ich. Aber das ist Karbon, glaube ich. Nee. Das soll ja eigentlich nur, dass du jetzt ja in der Welt der Porsche, du bist jetzt ein bestandener Porsche-Fahrer. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst ja auch dich einfach an der Porsche-Welt... Erwachsen auch. Du bist erwachsen geworden. Ja. Vom AMG, du weißt hier, Rapper, wie ist das? Mmh. Mmh. Jetzt hier, klassisch. Elegant erwachsen. Was wir gerade schon bemerkt haben, was wirklich, also das hat mich sehr enttäuscht, ist einfach das hier. Das ist, das ist draufgeklebt, oder? Das ist eine Biene getötet. Echt? Ja, sorry. Das ist ein Aufkleber? Oh. Das ist ein Riesen, mein Bruder. Wollen wir vielleicht einmal einen Soundcheck? Das natürlich. Das ist schade. Ja. Aber die Haupt ist, glaube ich, Karbon. Also dieses, dieses Element. Ja, ist ein War-Ur. War-Ur. Da würde ich mir wünschen können. Du springst einmal meinen rein, machst kurz einen Soundcheck. Okay, also erst das Soundcheck, erst GT2 RS. Okay. Hast du gehört? Klappenauspuff? Ja. Hast du gehört? Der war erst leise. Und die Klappe geht zu nach dem Start und dann hat er die Klappe wieder aufgemacht. Das ist bei AMG nämlich auch so. Man sieht richtig, wie die Klappe auf geht, Digga. Oh. Der ist aufgeladen? Das ist ein Turbomotor? Echt? Ach so, der GT2 RS, ja, das ist ein Turbomotor. Das ist doch klar. Hm. Ja. Mhm. Okay, jetzt sind die Klappen auf. Jetzt wieder zu, glaube ich. Also was halt bei deinem Geil ist, Digga, man hört den Turbomotor schön. Dieses Pfeifen, dieses Pfeifen. Okay, zweiter Soundcheck, Freunde. Okay, jetzt. Oh, der ist ja ganz anders. Ja, ist ja. Uh. Aber ganz anders. Aber sowas, Freund. Ja, aber der klingt komplett anders, ne? Ja. Der andere kommt so. Ja? Den anderen finde ich vom Klang her bullisch heiß. Der spricht mich eher an. Der ist jetzt. Das ist laut, holy shit. Digga. Ich wusste nicht, dass mein Auto so laut ist. Ja, Digga, ist richtig laut. Das ist ja crazy. Also Soundcheck war mein schon schöner. Ja. Nehmt ihn einfach wieder die R. Ist lauter. Ist wilder. Gebrochen. Gewonnen. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Was kostet das Auto? 335.000. Also gut. Aber jetzt, also jetzt am Markt eher 380. Also ist ja gestiegen im Preis. Ja, GT, GT2 RS ist tatsächlich ein Auto, was wahrscheinlich eher steigt im Preis. Heftig. Mehr als heftig. Gibt es irgendwo eine 30er-Zone, wo keine Autos fahren? Also was schon mal ein krasser Unterschied ist, sind die Tür-Hänkel hier. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr geil, dass das in so einem Stoff halt eben hier ist. Ich habe da keiner gefragt. Motor ist an. Klappe ist offen. Boah, das ist aber schon laut im Stand. Guten Abend, Minion. Was geht? Alles gut? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was macht der mit der Hand? Was macht der mit der Hand? Wenn du jetzt entscheiden müsstest... Was ist das heftig, Digga? Oh, nee. Das müssen wir doch mal gönnen gerade. Oh, da muss ich auch los. Klappe ist offen. Boah, das ist aber schon laufend im Stand. Guten Abend, Minion. Was geht? Alles gut? Wie geht's dir? Wenn du jetzt entscheiden müsstest, okay? Ja. Das Auto oder mein Auto? Äh, safe deins. Du bist ein guter Mann. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt mal weiterfahren hier. Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass ich selber einen Porsche habe jetzt. Jetzt fühlt man sich schon viel wohler. Ja, es fühlt sich... Also ich fühle mich komplett wohl, weil es ist halt einfach ziemlich ähnlich so. Also ich merke jetzt schon, der ist ein bisschen härter als meiner. Ja, das merke ich jetzt schon. Aber der Klang gefällt mir gut. Also dieses... Dieses Böllern, dieses untertourige Böllern ist schon sehr, sehr schön. Ist schon ein sehr geiles Auto. Ich bin auch ein absoluter Porsche-Fan. Ich sehe gerade, du hast 3934 Kilometer auf dem Auto. Ich habe, also ich habe, habe ich dir ja schon gesagt, in zwei Wochen knapp 5000 Kilometer draufgefahren. Aber das ist auch mehr für die... In zwei Wochen? Oh, Riem, Junge. In zwei Wochen 5000 Kilometer? Oblich. Uff. Rennstrecke, so viel Action ist nicht so viel... Also kann man schon. Bei dem ist ja auch nochmal viel krasser mit dem Wert, oder? Eben, da fängt man schon das Nachdenken an. Da ist halt echt jeder Kilometer, den ich hier jetzt gerade fahre, ist schon irgendwo Wertverlust, oder? Ja. Was denkst du, was ich jetzt hier an Geld verbrenne ungefähr? Ein Düsi? Ein Düsenjäger? Ein halber. Oh, scheiße. Ein halber Düsenjäger, Alter, 500 Euro. Und du überholst den zweiten Platz. Welcher Platz bist du dann? Zweiter. Das weißt du aber nur, weil du ein Rennfahrer bist wahrscheinlich, oder? Also wir fahren gleich auf die Autobahn drauf. Ja, hier mal. Ein weniger Sport rein. Ja, einfach gleich Autobahn. Du sagst, es ist eine gute Idee, oder? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wir fahren auf die Autobahn. Oh, der klingt schon derb. Rüber. Ja, klingt. Linke Spur. Also ich merke es jetzt schon, der ist halt, also in den niedrigen Drehzahlbereichen ist der halt viel aggressiver. Also der hängt viel mehr am Gas und beschleunigt mich. Der klingt schon derb, ey. Also der klingt schon sehr derb. Was fährt der Top Speed? Ich bin 3,43 mit dem Östergefahren. Aber es ist 3,43. 3,43, Alter. Das ist aber eine Ansage. Alter, da willst du mir das halt nur aus dem Gesicht ziehen. Es geht noch schneller als 3,43. Ja, dann würde ich sagen, knacken wir einfach mal den Top Speed Rekord von dir, oder? Ja, das war's. Da hast du Bock drauf, oder nicht? Da hast du Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Alter. Es ist halt irgendwie komisch, weil wenn ich bei meinem Gas gebe, dann ist er halt. Ich würde mir halt auch so doof vorkommen, wenn ich die ganze Zeit mit einem im Auge sitze, einen Helm auf hat. Ja, das kommt noch dazu. Was rieb laut und schreit dich an. Und der macht das aber gar nicht, ist aber schneller. Kann ich nochmal Gas geben? Okay, 3,2,1, Freunde. Wir sind einfach mal 200. 20, 30, 40, ach, halt, small. 260, 70, 80, 90, 300. 300, Gott, 13, was? 320, 330. Hä? Junge. Hä? Was? Was? Also, dass ein GT2 RS vorwärts fährt, das war mir klar, aber das ist ja krank. Ja, sehr krank. Wie schnell ist der jetzt auf 330 gewesen? Da fährst du ja mit nichts hinterher, mit gar nichts. Da stellst du dir vor, also da kommst du dir vor, als hättest du ein Dreirad. Na gut, es ist halt einfach, man muss dazu sagen, es ist halt auch, das ist halt Supersportklasse, ne? Ja, okay, reicht's. War das in Ordnung gerade für dich? Ja, easy. Ja? Ich hab mich gerade ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich konnte dich auch irgendwie... Alter! Beide, guck doch mal, du rollst mit 200 halt hin wie nichts, ne? Ja, natürlich. Also selber nicht, ne. Hä, das war gerade mein Highspeed-Rekord? Geil, ne? WTF? Aber es geht so schnell, es geht... Also wie schnell ging das jetzt gerade? Jetzt kommt, man checkt gar nicht. Du denkst einfach, du gibst ein bisschen Gas. Au, au, das ist echt heftig, Alter. Also es ist ein bisschen Gas, dann geht die Maschine. Aber es fühlt sich auch nicht so an. Aber wie krank. Hast du dich gerade um mich ja gefühlt? Nee, wohl. Heftig. Ey, das ist ja crazy. Ich hatte jetzt wirklich nicht vor, so schnell zu fahren, aber es hat sich so langsam angefühlt. Es hat sich so ergeben. Ja, dann war das so okay und ein bisschen noch 300 geht und dann waren wir ganz schön bei 330 irgendwie gerade. Also passt auf, Leute. Ich habe mal einen Detail. Ich bin ja, ich achte ja immer gerne mal auf Details. Leider ist meine Kamera gerade drüber. Der Tank ist, die Nadel steht auf voll. Die steht auf voll, also ganz drüben. Und der zeigt noch eine Kilometerreichweite an. Also die erste Zahl ist eine 3. Control, bist du bereit? Yes. 3, 2, 1. Alter, da geht mein Visier gleich runter. Holy shit. Der hat jetzt einfach sein Visier ist einfach runtergegangen. Okay, also es ist schon deutlich krasser als bei meinem. Also das ist wirklich, da schiebt das Gehirn irgendwie so nach hinten irgendwie. Man hat das Gefühl, man ist so ganz kurz bewusstlos für die Sekunde. Hättest du gedacht, dass wir so schnell fahren? Nee. Ich hätte es auch wirklich nicht vor. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du dich das... Ja, eigentlich sage ich dir echt, bin ich so mit Fremden aus sehr vorsichtig. Aber irgendwie, das war die Situation. Es muss einfach sein. Es sollte so sein. Ich gebe dir deinen Ausschlüssel wieder. Dankeschön. Also Daniel, wirklich vielen, vielen Dank, dass ich dein Auto... Wirst du, wie macht man denn hier? Danke, dass ich dein Auto fahren durfte. Das war wirklich... Also da hat was dich in den Helden. Ich bin einfach 33 gefahren. Ich meine gut, er ist aber, Mochi ist einer, der fährt natürlich Motorrad. Also der ist auch Geschwindigkeiten gewohnt. Also der ist nicht zum ersten Mal 300 gefahren. Ist natürlich in dem Auto nochmal was anderes. Also auf dem Motorrad, als Autofahrer ist es im Motorrad definitiv was anderes. Aber im Motorrad, wie schnell bist du auf 300? Das ist natürlich viel gefährlicher. Wenn du beim Motorrad bei 300 runterfällst, fällst du runter. Das war es, glaube ich. Also ich glaube, da ist nicht viel. Ich denke doch. Aber ich weiß jetzt, was man mit den Händen auf sich hat. Was denn? Aufgrund dessen der aktuellen Situation. Ja, auf jeden Fall sicherlich. Also das ist aber trotzdem... Dann gibst du halt Faust oder so, weißt du wie. Aber das ist halt schon verrückt. Das ist aus wie ein kleiner Blumenjunge. Ja, ne? Für wunderschöne Videos mit Autos. Daniel Abt auf YouTube. Du machst YouTube. Was machst du noch alles? Instagram. Ich mache... Äh, ja. Rappen. Rappen. Und so weiter. Breakdancen. Graffiti und so auch cool. Okay, Freunde, ich verabschiede dich jetzt von diesem heutigen Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann und... Bist du es, Mochi? Krass. Also wirklich krass. Muss ich echt sagen. Also heftig. Heftig. Oh ja. Es war nur ein kurzer Ausflug. Aber es war ein sehr unterhaltendes Video, wie ich finde. Und lasst gerne ein Däumchen da auf Edles Vibe. Lasst auf Edles Vibe gerne ein Abo da. Ich finde Mochi echt lustig. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir nochmal was anschauen sollen von ihm. Und ja, viele Grüße gehen raus. Kuss. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.